Oh, Slombie! Ey, Cetric, heute ist ein Paket für dich angekommen. Vom Hassan? Oh, super! Schön, danke! Schönen Tag, mach's gut, tschau! Für Cedric, dein bester Freund, den ich auf der Welt habe. Ich schicke dir ein Tuch aus meinem Lamm. Wir brauchen erst den Schutz gegen die Sonne und alles Schutz. Gegen den Sand der Wüste, aber du in Deutschland solltest das Tuch um den Hals legen, weil es bei euch so kalt ist. Mit voller Liebe und Respekt, dein Freund Hassan. Guten Tag! Hallo! Darf ich Ihnen behilflich sein? Ach, das wäre echt viel, vielen Dank! Es scheint so, als hätten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ja, ich danke Ihnen. Der liebe Gott hat sie mir geschickt. Welche Richtung müssen Sie? Sie müssen da einfach. Kommen Sie jetzt alleine zurück? Ja, vielen Dank! Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag. Dankeschön! Auf Wiedersehen! Hallo! Hallo! Entschuldigung! Darf ich Ihnen helfen? Sehr gerne! Ich möchte die Straßenseite wechseln! Dann halten Sie sich bitte an mir fest! Vorsichtig! Kannst du dir das? Kannst du ihr Gesicht anpassen? Natürlich dürfen Sie das! Dankeschön! Kommen Sie jetzt alleine gleich? Selbstverständlich! Dann kommen Sie gut nach Hause! Ja, ich bin ja gut nach Hause! Dann kommen Sie mit der Straßenseite wechseln! Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wieso machen Sie sowas? Wieso geben Sie Arbeitslosenbettlern Geld? Wieso schenken Sie es? Habe ich nicht. Habe ich noch gesehen, wie er gebettelt hat? Das hat er sich verdient. Wie? Ich kann Ihnen erzählen. So, der Herr, ist das Ihre Brieftasche? Unglaublich. Ich glaube, Sie haben das verloren. Tausend Dank. Kein Thema. Jeder andere hätte sich sowas aus dem Stab gemacht. Kein Thema. Gerne getan. Sie scheinen aus dem anderen Haus geschnitzt zu sein. Das war für meine Tochter. Extra gespart. Bitte. Nehmen Sie. Der Herr, das kann ich nicht annehmen. Bitte. Sie müssen. Das kann ich nicht annehmen. Sinderlohn. Keine Widerrede jetzt. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne, gerne. Diese Ehrlichkeit hat doch Anerkennung verdient, oder? Hallo? 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 Warten Sie? Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich habe alles falsch verstanden. Es ist wohl besser, die ganze Geschichte zu kennen, als nur die Hälfte. Nehmen Sie meine Entschuldigung an. Ich nehme Ihre Entschuldigung gerne an. Vielen Dank. Vielen Dank. Kein Problem. Ich nehme Ihnen alles ab. Ich habe Ihnen geboten. In welche Richtung müssen Sie denn gehen? Ganz einfach weg. Das ist nochmal, bitte. Das hat Sie gesagt. So was für Sie ist unerträglich. Lass Sie mal freundlos. Fett nur herum. Das ist Ihre Meinung. Arbeit nichts. Und ich habe nichts vergessen. Schönen guten Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Nochmal. Und dann gehst du aber auch weg. Okay? Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen... Nicht so. Du musst doch vorne nicht sein. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wieso unterstützen Sie bei Aracetiereswalt? Hahaha.